Hallo, hier bin ich wieder, euer Lance mit Tipps und Tricks rund um GTA. Und es ist unglaublich. Rockstar hat seinen Fehler eingesehen und glatt den Leuten, die Geld verloren haben, bei dem wundervollen Weihnachtsgeschenk dieses Geld zurückerstattet. Leider habe ich keinen Screenshot von der direkten Zurückerstattung, aber ich kann es euch zeigen. Hier oben seht ihr, 535.000 sind mir zurückerstattet worden. Das ist schon wirklich nett, muss ich sagen. Danke Rockstar. Das war es auch schon, beziehungsweise zeige ich euch nochmal, es geht hierbei um das andere Video. Diese 535.000 Dollar, dieses Fahrzeugs, das uns Rockstar zu Weihnachten, also am 25.12. geschenkt hat, sind uns zurückerstattet worden. Leider ist nicht nochmal das Auto umsonst verfügbar, weil es ja bisher nicht verfügbar war, wenn man nicht mindestens 535.000 Dollar auf der Hand hatte oder auf dem Konto. Dann konnte man das Geschenken nämlich gar nicht annehmen. Vielleicht haben sie es korrigiert, wir werden es sehen. Okay, bis dann, euer Lernz.